Also Leute, heute bin ich wieder dran. Wir machen heute, wir hatten ja eigentlich einen Burpee Mountain geplant, aber wegen Corona kann man den ja leider nicht machen. Deswegen machen wir heute Burpees, also Frog Drums mit Vorspringen und Treppen. Also geht am Wochenende raus, sucht euch eine Treppe, einen Berg, so dann gebt ihr... Ja, eine etwas höhere Treppe als diese hier, das ist Voraussetzung, ansonsten müsst ihr sie pro Runde 10 Mal machen. Genau. Also jetzt geht ihr die Treppe hoch. Oder rennen. Oder so. Dann wieder runter und fünft auf Frog Drums. H5 ist das Minimum. Die richtig krassen Athleten können auch 20 machen pro Runde. Immer Burpees. Burpees kennt ihr schon zur Genüge. Also mit nach vorne springen. War das schon mehr als 5? Weiß ich nicht. Ich bin glaube ich schon bei 6. So und dann geht ihr wieder zurück zu eurer Treppe. Und dann geht es wieder hoch. Und runter. Und dann wieder Burpees. Ja und davon guckt ihr einfach mal, wie viele Runden ihr schafft. Das hängt von der Anzahl eurer Profis ab. Das hängt von der Höhe eurer Treppe ab. Und dann halt. Ja. Genau. Versuch. Macht zwischendurch Pausen. Wie? Aber nur eine Minute. Und sonst. Geht am Wochenende raus. Und habt Spaß. Macht diese Übungen. Sportfrei. Bis bald. Bis bald.